So, ich höre derzeit dich und ich die. Das war ich dir in der Summe. So, Felix, linksseits. Von der First stellt sich jetzt auf und schießt die Linie kaputt. Links von mir staffeln. Jetzt ganz fix. Reuss, raus. Links von mir. Bilden. Abbrechen. Jetzt muss ich wieder weg. Oder rechts. Rechts und mir nach Marsch. Brauch innen über den Hügel. Bilde wieder eine Linie und keine drei. So, Felix, auf der anderen Seite des Hügels sind Jäger, deswegen muss ich hier ein bisschen plänklen. Linie, halt. Wobei die Jäger jetzt erstmal ein bisschen zurückgehen. Vorwärts Marsch. Jäger ziehen sich erstmal zurück. Linie, halt. Ablogen. Die First umgreift jetzt links, die geht aber, glaube ich, auf die Freundlinie, nicht auf die Jäger. Oh. Ich glaube, Trangetor ist gerade noch nicht. Nice. Mir nach Marsch. War das 14? Kugo, kann ich hier vorgehen? Nee, das ist Jäger. Es waren viele, er hat jedenfalls jetzt 18 und eins. Ich glaube, es waren 14, die drei Jahre der Geschirr neuer Rekord ist. Linie, halt. Ich glaube, der alte lag sogar bei 13. also felix hier wo ich gerade rumdümpel da sind immer noch jäger hinter mir ja ich sehe sie gerade plus unsere glorreiche grenadierslinie von einem mann ansonsten deren art hier wurde gerade geräumt feindkopf von denen besteht nur noch aus vier reitern fünf reitern sechs reitern sechs reitern first wird jetzt aufgerieben die wollen ich glaube die jäger wir sollen jetzt zurück am besten am besten gehst du in deckung richtung arti zurück mit noch marsch ich weiß nicht wo unsere jäger sind noch eine runde bitte für die nächste runde bitte die beiden adjutanten zum muslimm zu fliegen beziehungsweise auch generell wenn man was sagen und kein deutsch mehr kann dieses deutsch ist schlimm die first lebt ja immer noch die steine aus den schuhen barfuß laufen das ist halt nämlich schön heiß warum ziehen wir uns zurück weil kuckuck es gesagt hat ok ihr wollt somit dann alleine gegen die jägereinheit kämpfen macht doch keinen sinn äh und außerdem linksseits ähm waren linie hinten eingekreist eigentlich das ist nur ein taktischer präsentionswechsel willst du mir erklären warum ich hab doch einfach nur gefragt ich wollte bis wissen was da noch ist ich hab's ja nicht alles gesehen ich bin nur noch ein linieninventrist gerade eben ich höre und sehe ja ohne alles die schlatscht gerade zu unserer arti und ckf ist down oh jäger auch down wir sind im grunde noch voll ja wie gesagt wir kommen langsam aber sicher wo ist denn die pfeff guck guck ich schreibe gerade das musst du wissen was das musst du aber wissen ich weiß dass ich schreibe wo die sind achso die sind linksseits kloische linie oder wie groß unsere linie heute ist ey oh geil ich hoffe die schrumpft nie wieder zum ende des line battles dann bin ich bloß drei mann da oder so das wäre natürlich echt kacka siehst du sie ach wir können auch mit drei mann gewinnen ach da ist man sehr optimistisch heute also deren linie und jäger bewegen sich jetzt auch nur links also ist unsere fünfte auf jeden fall da links wie jetzt der nati lebt noch ja oh fuck oh ich bin nicht lustig ich bin einfach nur optimistisch ich bin ja alles down ryan die hat doch gerade geschossen eben ok wir kommen jetzt in den linksversatz von unserer arti über den hügel links staffeln links staffeln ich hasse es immer der schmidt schmidt du hast du wie Magneten in der Birne ja oder? kann das sein? glaub ich auch ja hast du irgendwie ein Magneten in der Hose und Gürtel oder was ist ich im Schuh oder sowas irgendwie trifft dich das Ding jedes Mal ab ach kiek da ist ja unsere fünfte oh Gott so Felix also auf jeden fall da sind jetzt Jäger hinter dem rechten Hügel und auch Linie Feuer auf die Kaff einen Schuss abbrechen Jäger sind direkt voraus die Arti sollte uns nicht treffen oder? so die Kaff geht jetzt grad zu unserer Arti da kannst du nichts mehr machen bleib hier stehen Kuckuck kann ich zu diesem kleinen Hügel direkt vor uns dass wir schon noch Deckung haben nein da sind direkt Jäger wir bekommen Besuch von der Kaff können wir leider nichts mehr tun tut mir leid Felix muss mir sagen wenn ich was über mit links soll ich sag dir sobald ich denen hab was ok links um ja mir nach Marsch rechts von mir stapeln den rechts von mir bilden könnten sie uns schlechten wir ein bisschen die Jäger zu zentwischen während die Kaff noch mit unserer Arti beschäftigt ist wenn die Kaff erst zu uns kommt wird das natürlich schwierig mit den Jägern noch an der Linie unglaublich was unsere Arti noch lebt also heute überleben die Kälte hat links um das ist katastrophal Simco sag mal der Pfiff wir rücken jetzt hier links an den Hügeln vorbei da ist mir nach Marsch wir rücken jetzt links an den Hügeln vorbei hier nach vorne kurze Info Artillerie wird gerade vernichtet unsere und Kapillerie ja wissen wir dass sie nicht ändern ja alles klar haben wir gesehen Boga macht das schon Kanon ist zu uns ausgerichtet die geben einfach alle unser bestes und vernichten die die Arti gewinnt selbst links staffeln abbrechen so Linie stellt sich gerade auf ach siehst du ja ne ja ja komm auch hoch wir sehen uns nicht mehr links staffeln abbrechen Linie halt rechts um freies Feuer auf die Linie das stirbt gerade lasst euch Zeit die schießen auf uns links um mir nach Marsch Marsch Befehle vor Schuss Befehle ich wünsche wir ziehen das Feuer auf uns probiert vielleicht die Jäger von der Seite dann zu chargen wenn die euch nicht sehen Linie halt ach gut was war das also Niklas heute hast du irgendein Problem mit der Maustaste ne ich habe die Jäger glaube ich verwirrt was hast du gemacht ja ich bin nach rechts gelaufen so dann die Jäger sind jetzt ich kann nix Achtung mach den Linie links von dir und lass schießen Linie links Feuer bilden da da links freies Feuer Achtung jetzt kommen die Jäger in den Hügel Schließt auf die Jäger Rech Charge Geht auf die Jäger Fünfte Weg in den Charge Fünfte Weg in den Charge Fünfte Weg in die Jäger komm schon überleben wenn das Blockarbeit kommt schon Graben bilden kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon oben Mili Männers oben Mili jetzt wieder Graben bilden kommt schon findet wieder zusammen schön zusammen finden jetzt und zusammen rein hey nicht einzeln und schon bist du tot das ist sicher von Arsch war das gerade Graben bilden kommt schon geht zusammen mit der Fünfte rein mit den Blocken zusammen Felix Felix der alte Spammer der der alte Spammer hast du wirklich grad neun Kills da raus geholt ja krass ja aber es ist äh wie gesagt die anderen müssen bloß den Graben halt und blocken Felix macht seine Arbeit das ist doch okay aber ihr müsst doch den Graben bilden ne ich hab auch zwei ihr kriegt ja das ist doch schön das ihr Zweckers kriegt guck mal wir haben eine Bombe die Schenzo Platz 1 Felix Platz 2 das beste ist dass die Kaff immer noch mit unserer AT beschäftigt ist das ist doch gut also die Kaff immer noch zwei Kamerlisten bei unserer AT die machen einfach gar nichts ne die werden da nicht YOLO rein rennen ich meine die Kamerlisten also ja ist doch klar dass die nicht YOLO rein rennen das sind vier AT-Terroristen da rennen die doch nicht einmal rein die wollen doch nicht sterben die wollen doch nicht sterben schön graben schon blöd wer lebt denn da noch wie soll laden die nach ach so dann komm 90 second charge oder war es denn ich hab die AT gemacht nice ah die AT jetzt war die das war das 90 second ach ficken was hat denn da change eins ah drei killsteel kill ist kill sorry Team kill auch mit jetzt sind wir ab change gell dann schluss du schmid ne ich hab nicht verkackt ich wusste das change ja schmidt ist ein aufrechsamer leser ja hast du schmid kann lesen pfff wobei politiker war damals auch so richtig geil ey ähm wir haben da jemand in unserer Klasse gehabt der war in der Zeitung so und auf einmal in unserer politikstunde der kannte unsere namen alle nicht ne also der ist sehr vergesslich noch schmerzig ähm du bist doch der frederick ne er so er so freddy soll ich sagen erst mal ja ja da hat er gesagt Zeitungsleser wissen mehr irgendwie so hey hey was will der ja weil freddy irgendwie in der Zeitung stand der ist so ein spdler guck guck unser wirtschaftslehrer einer von uns zwei in der Zeitung unser wirtschaftslehrer kam zu du du schuldest dir jetzt ein kasten Bier das weißt du so Schmidt du hast das ganz besonderes schwer warum weil die drei Kanonen haben ach das ist kein Problem wer soll Flaggenschweiger machen du chamberst dich böse was steht da vor meinem Namen ach gut dann mach ich second boah dann dann macht die hier schon ne Linie ja jetzt ist die Frage haben wir die Regiments Flagge mit oder die ähm Kings die Kings die Kings ja denk ich nämlich auch nennen die Kings Flagge so wer war nochmal derjenige der äh länger als vier Tage im Training ist bei der Infanterie naja beim Rekruten Rekrut Ketchup Ketchup ja ne bock nach oben Ketchup und wo will er nochmal hin zur Infanterie und wer noch der ist noch vier länger als vier Tage dabei oder vier Tage ne noch mehr remsi oder irgendwie remsi wollte doch oder remsi nicht mehr da oder was wahrscheinlich nicht ne ich seh erkannt ne ne achso das ist mit Mord what the fuck sonst noch irgendein rot länger als fünf Tage dabei da holen sie die Linie plötzlich zu klein wo ist der Rest wir sind sie nicht gespawnt es sind nur neun Leute nicht gespawnt immer wenn man Schnee sieht sind dort neun Leute was Rekrut Remsi ist dort da unten wo ist denn der rechts raus der ist Afka das ist die Linie hinter mir ja die Kraft blockiert schon wieder ooooo nicht die Adi blocken nicht die Adi blocken nicht die Adi blocken wieso hat denn jetzt die die Zipte sie auf ausgedrückt ah geht die gegen die Jäger dann gehen wir auch so brauchen wir jetzt noch nen Second oder? kehrt um mir noch marsch und dann wenn man meine Reset bräuchte brauchen die Gegner keinen hmmm doch ja so 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 links raus so ich bin laufend Linie hinter mir blühen oh ne warte mal wenn ihr halt links links meine Herrschaften links links kommt der Kings Color zur schönen Flagge ah mir nach marsch ich weiß halt auch die Kings oh so